Ihr wollt wissen, warum ich hier durch die Wüste rennen? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal einen Kaffee. So, ähm, genau, was haben wir heute vor? Mir ist eine Sache noch eingefahren. Erstmal, ich habe nachgeguckt. Gott sei Dank sind die Aufnahmen voll nicht besser geworden. Für euch klingt das jetzt total komisch, weil da ist ein Tag dazwischen. Das wissen wir doch schon, ist doch im, ne? Ja, irgendwie mein GoXLR hat ein bisschen, nennen wir es mal Spaß gehabt. Ich möchte noch eine Sache machen oben hier, das sieht mir noch zu flach aus. Und ich möchte doch auch mal langsam anfangen, vielleicht ein bisschen schöner zu bauen. Und mir ist da folgende simple Idee gekommen, um das Ganze vielleicht erstmal, nee, erstmal gehen wir da mit rum, ein bisschen mehr reinzubringen. So, und dann würde ich den dort einfach durch. Okay, das macht hier überhaupt keinen Unterschied an dieser Kante. Aber hier macht es einen. Moment. Den Block rausnehmen. Und durch einen vollen ersetzen. Oh, da habe ich sogar einen vergessen. Macht das Sinn? Okay, wir basteln uns das hier nochmal um. Ich komme. Ich fange hier nochmal so einer hin. Wir machen das wirklich bewusst als Stufe. Was viel, viel cooler ist. Das ist nur so zu gut. Dann nehmen wir uns den hier. So. So. Richtig. Hier hin. Fertig. Dann haben wir hier wirklich so ein Stufendesign. Das bringt deutlich mehr da rein als ... Oh. Ist das so gemacht? Ja. So. So. Hier müssen wir das eigentlich genauso machen. Das heißt, der kann weg, der kann weg. Ähm. Wir brauchen einfach einen Block. Den setzen wir hier unten hin. Hier sieht man davon quasi gar nichts. Aber es ist einfach dieses, ich weiß, dass es da ist. So. Verzeihung. Ja und hier brauchen wir ihn gar nicht. Perfekt. Dann nehmen wir den raus. Und den raus. Ich sehe das eigentlich raus, wenn man ... Äh ... Was ... Ne. Das gefällt mir nicht. Das macht es ... Aus irgendeinem ... Nicht erklärlichen Grund ... Viel zu bulky. Äh ... Dich raus. 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 Und ... Nein. Dich raus. Dich raus. Dich raus. Dich raus. Mal wo man noch nachdenken. Könnt so? Dich raus. K Dogger. Zieht das nicht aus. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Die halben Blöcke bringe ich es hier. Ist das nicht mehr so ein einfacher, blöder, flacher Plotz? Wir haben einen schönen, stabilen Standfuß. Mit einem filigranen Anschluss. Letztendlich. Statisch ist das wahrscheinlich so ziemlich der größte Quatsch, den ich hier jemals bauen konnte. Aber. Letztendlich müssen wir uns mit dem Teil der Physik hier nicht umschlagen. Jetzt muss ich auf dieses Hügelchen überdampfen mich hier hoch. Ehrlich? Wunderbar. Ich bin Apple. So. Das ist die große Frage. Wie mache ich hier unten den Spaß mit dem Anschließen unserer Ressourcen? Ich gehe erst hin und setze mir die einzelnen Teile, die ich brauche. Da fällt mir ein, ich sollte nur meine schlaue Excel-Systeme aufmachen. Moment. Ja, du bleibst da, wunderbar. Sehr schön. Ja, wir haben extra. So. Bauxite haben wir. Den können wir abhaken. Den machen wir uns direkt mal in grün. So. Caterium. Caterium haben wir da drüben gesagt. Ist 1 Mark 3,460. Brauchen wir dort. Das heißt, es dürfte noch nicht mal... Also den müssen wir nicht übertakten. Den können wir sogar ein bisschen runter takten. Schauen wir mal eben. Meiner Mark 3. Äh, wie viel haben wir denn da? Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir könnten jetzt... Haben wir hier so ein bisschen Platz vorm Bahnhof. Und zwar eben... Produktion einer Ausrüstungswerkstatt hinsetzen. Geht das hier durch? Katze. Und eine Bergbahn. Bergbahn. So. Jetzt brauchen wir... Haben wir Platz dafür? Nein. Ja. Guck mal, das können wir auch wegführen können. Dann haben wir auf jeden Fall Platz dafür. So. Wir bauen uns mal eben. Drei Stück. Ähm. Dann können wir uns als erstes um das Caterium kümmern. Das wird jetzt aber ein bisschen tricky, weil da kommen wir nicht. Wir könnten aber gucken, ob wir einfach eben eine Schiene darüber legen. Dann haben wir den Strom und dann ist gut. Ähm. Weil das ist halt da vorne nicht allzu weit. Wenn die Schiene passt auf die Distanz, mache ich das. Weil das haben wir da vorne direkt liegen. Da brauche ich jetzt nicht lange überlegen, wie wir das machen. Zack. Wiegen wir das? Nein, wiegen wir nicht. Dann machen wir den anderen Weg. So. Nicht vertikal. Und. Ziehen wir uns dann. Die Schiene. Da drauf. Muss ja auch gerade nicht gerade sein. Da geht es nur darum. Das wird aber kommen. So. Damit hätten wir. Äh. Produktion. Lassen wir mal direkt in diese Richtung laufen. 480 Teile. Ich brauche 460. Ja komm. Wir lassen ein bisschen drüber. Das ist schon okay. Ähm. Jetzt ist halt nur die Frage, wie machen wir es mit Strom? Ich meine, vom Bahnhof kriegen wir den Strom da runter. Das ist nicht so ein Ding. Ähm. Quatsch. Da brauchen wir den. Wenn wir das machen. Okay. Es fehlt Kabel. Wunderbar. 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 So. Okay. Das haben wir. Das haben wir. Erstmal gucken. Wunderbar. Haben wir hier in der Nähe. Wir haben uns ja überall durchgezogen, um überall Strom zu haben. Haben wir hier in der Nähe Strom. Was. Das ist natürlich das Wetter gerade wieder so, dass ich davon nichts sehe. Weißt du. Da haben. Da haben. Es wäre natürlich jetzt richtig praktisch, wenn hier um die Ecke einfach ein Strom. Was mir immer nichts bringt, wenn ich keine Kabel habe. Gerade in meiner Mark II. Ich habe viele Mark. Egal. Ich brauche sowieso noch mehr. Ja. Da hinten sind welche. Die bringen mir hier vorne nichts. Okay. Ich würde den aber trotzdem mal als abgeschlossen ansehen. Also. Grün. Kupfer. Brauchen wir. Zwei meiner. Um 300. Zwei meiner Mark II. Um 300. Minute zu kriegen. Das sieht aus, als hätten wir hier Kupfer nur so ganz bescheiden liegen. Da ist. Eisenerz. Eisenerz. Da ist Kupfer. Normal. Der müsste wie schon reichen. Hier ist Kupfer. Und da ist Kupfer. Da ist Kupfer. Also wir haben. Warum habe ich zwei für 300? Okay. Ich muss mal meine andere Liste dazu holen. Das ist übrigens wunderbar, dass ich hier mit zwei Kinder arbeiten muss. Und das ist das Falsche. Ähm. Wo sind die Karpels? So. Du kannst weg. Du kannst dort. So hin. Danke. Jetzt zeig mir bitte was an. Alter. 300 Minuten. So. Welches Kupfer ist denn jetzt ziemlich wenig? Das ist ziemlich weit weg. Im Vergleich zu diesen hier. Und ich würde behaupten, dass dieses Kupfer auch nah genug hier an der Bahnstrecke liegt. Das heißt, ich könnte das in den nächsten reinsetzen, muss ich die immer nur noch verbinden. Was blöd ist, weil ich dann immer in der Mitte noch einen Teil hinbauen muss. Oder auch das Kupfer hin. Ja. Dann könnten wir uns nämlich einen Miner sparen. Ich fällt gerade mal ein. Warum habe ich eigentlich in meiner Liste 28 oder 30 Stück reingepackt, wenn ich hier nur 13 brauche? Äh. Egal. Kupfer. Aber wir gehen da hin. Können wir uns das machen? Natürlich können wir uns das machen. Äh. Egal. Egal. Machen wir auch gleich wieder weg. So. Ist mir auch gerade vollkommen egal. Die wollen wir auf jeden Fall hervorheben. Egal. Weil dann sehen wir sie, da vorne. Dann fliegen wir da mal hin. Wir haben dann die Möglichkeit, das schön hier hin durchzuziehen. Ich bin übrigens bei dem Wasser so schön davon ausgegangen, dann setz du das einfach da rein. Nee, kann ich nicht. Nicht bei 4.450, die ich an Wasser brauche. Guck mal, das brauche ich doch noch nicht mal hier ranzuziehen, das ist so nah dran. Kriegen wir mal. Wäre ich jetzt noch clever gewesen, hätte ich mir vorher die meiner gemacht. Naja, meiner Meinung nach vollkommen überflüssig. Es tut mir leid, den wollte ich nicht mehr. Noch freut mich, aber versteht mich, oder? Gute versteht mich. Produktion, Ausrüstungswerkstatt. Zack, zack. Mobile Miner. Und noch einen. Stopp, fertig. Danke. Abreißen, umdrehen. Nee, erst auswählen, umdrehen. Du sollst... Wir lassen dich trotzdem in die Richtung gehen. Leider. Nicht wäre es schöner, wenn ich das da oben reinsetze. Guck mal mal. Überlegen wir doch. Wir haben den auf jeden Fall gesetzt und der wird jetzt... Ah, der wird 240 produzieren. Deswegen brauche ich zwei, um auf die 300 zu kommen. Aber ganz ehrlich... Wir haben hier noch ein paar Schnecken unterwegs umliegen, die wir noch mitnehmen können. Wir haben hier den Kollegen noch stehen. Also, lassen wir mal. Das heißt, ich setze das hier mal runter auf einen. Und sage... Also, dafür setzen wir da einen hoch. Passt. Boom. Grün. Also, wenn ich solche komischen Sachen nenne, mache ich hier und dann grün. Ich bin hier wieder in meiner Excel-Tabelle. So, wir haben... Wir brauchen sechsmal Eisenerz. Sechsmal Eisenerz und zweimal Limestone. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind hier zweimal Limestone. Das heißt, wir entfernen... Äh... Datenmarkierung. Wo haben wir sie? Die Marker. Ja, danke. Ich möchte den bearbeiten. Nein. Jetzt nehmen wir sie ein bisschen zurück. Äh... Möchtest du ihn mal entfernen? Und dann gehen wir mal... Nehme ich die beiden oder nehme ich die? Das hier ist rein. Das ist unrein. Das ist normal. Wir brauchen... Was habe ich gesagt? 550. Habe ich da Energiecharts für berechnet? Nein. Das heißt, wir werden auf jeden Fall die beiden benutzen. Das machen wir auch nochmal. Umdrehen in die Richtung hier. Vielleicht umdrehen. In die Richtung hier. Da ist irgendwo Limestone. Hier ist der erste Limestone. Hi. Was haben wir hier? Das verbrauchen wir eigentlich mehr. Da haben wir schon. Da ist Limestone. Da ist der erste Limestone. So. Einmal weg. Dann jetzt. Dann brauchen wir Ausrüstungswerkstatt hier vorne. Da müssen wir einmal rein. Dann den wegschmeißen. Und den wegschmeißen. Dann uns drei Stück machen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und sechs. Das können wir machen. Wir machen uns jetzt direkt die sechs fertig. Dann haben wir schon mal für den nächsten. Brauchen wir dann nicht wieder rumhampeln. Okay. Äh. Weg dann. Dann kommst du hier drauf. Du gehst in welche Richtung? Wir lassen dich nicht in die Richtung gehen. Jetzt müssen wir einfach klicken. Da wäre unrein. Wir wollen rein. So. So. Wo haben wir dich? Frankenstein. Da unten bist du. Okay. Jetzt mal anders eingerechnet. Aber egal. Du gehst auch in die Richtung. Wunderbar. Haben wir stehen. Wir müssen was, was wir? Wunderbar. Äh. Äh. Wunderbar. 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 Okay. Das heißt. Ich kann. So. Das habe ich vergessen. Du produzierst 480 Teile. Den Rest. Oh, da hätte ich euch den Unwein nehmen können. 480 Teile. 480 Teile. 480 Teile. 480 Teile. Mal gucken. So. Wir können den mit Energy Charts, weil wir genug haben, hochziehen. Dann hätten wir auf jeden Fall genug anderes Zeug. Und würde ich als nächstes Schwefel machen. Nicht Schwefel. Nicht M. Prüfe. Danke. Schwefel. Ich sehe dort Schwefel. Ich sehe da unten Schwefel. Ich sehe da unten Schwefel. Wir nehmen uns den Schwefel. Der ist rein. Der auch. Wir nehmen uns den. Aber in dem Fall machen wir da in die Nähe. Diesmal auch nicht genau drauf. Äh. Davor haben wir eben. Warte. Ist mir gerade vollkommen egal. Äh. Die Richtung. Zack. Machen wir schon wieder eine mehr. Das ist für mich die Frage. Ist der Schwefel oben? Oder unten? Da haben wir schon keine Beeren mehr gegessen. Er ist auch schon ewig nicht mehr gestorben. Diese Folge ist verflucht. Danke. Warum musste ich es denn auch sagen? Wieso da hochwüpfen? Da hoffen. Da lang rennen. Da hochrüpfen. Da hinten sehe ich einen Schwefel. Das ist doch gut. Da hinten ist sogar schon Strom in der Nähe. Sogar ein ganzer Weg. Hallo. Hi. Okay. Also. Wenn sie jetzt wirklich so in der Nähe hängt, ne? You are so lucky that you found this most valuable artifact. Ja. Zeig. Ah, aber. Ja, hört auf. Da ist noch ein Stress da drüben. Ähm. Pfff. Fukushima. Da ist noch nicht okay. Du hast ja super. Dankeschön. Ehm. Dass das nicht ist. Oh, was du schon mal? Oh, was du schon mal? Und du hast das nicht? Was, du? Oh, was du schon mal? Wow. Nee, nicht Rampel, Doppelrampel. Da sind wir! Ähm, Produktion. Besitz, Ausrüstungswerkstatt. Einmal rein. Hi. Bereit. So. Eins. Zwei. Drei. Soll ich noch mehr Platz? Kann noch zwei mehr machen? Machen wir jetzt auch? Da habe ich gerade irgendwas, was ich mit tun kann, wo es mir nicht wehtut. Die garantiert. Na komm. Ich habe sie sinnloser Weise eingesammelt. Wann ist das? So. Haben wir schon mal wieder. Für zwei Stellen. Und wir könnten direkt eine Werkwand bauen. Unternehmens. So. In die Richtung wollen wir nicht. Vier. Äh. Wo ist denn der ganze Schloss? Ich habe die verschmolzenen Rahmen nicht mehr. Ich muss jetzt echt zurück eiern, damit ich die Dinger kriege. Okay. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen kacke. Sehr kacke. Um das zu kacke. Wo habe ich hier? Wien wir da lang. Wip. Da rum, da rum. Alles umgekehrt sich. Dann hüpfen wir einmal hier drüber. Hier. Und einmal hier oben. Okay, also da hinten müssen wir hier drüber, es wird lang hier durch. Und auch selbst zur Bahn darüber wird das böse. Keine Kabel dabei, ich kann gar nichts. Ja. Dann wollen wir das so schnell von da hinten holen. Das sieht aber so schnell aus. Was soll ich hier noch ein bisschen? Ähm. Hoi. Ja, nur vorbei. Dann chill mal. So. Das finde ich ein bisschen gut. Okay. Und hier runter. Lass das weg. Okay. Vielleicht hätte ich doch erst auf Eisen hier zwar. Wenn ich mir die Zeit so ansehe, gehe ich jetzt da oben hin, pack mir die Sachen eben rein. Von dem Zeug brauche ich auch noch 150. Da hätte jeder Kleine auch gereicht, aber ich will schon die Fetten da dran haben. Was vollkommen sinnlos ist, dass ich das möchte, aber es geht nicht. Mano. Guck hier. Wo sind die Rahmen? Da nicht. So. Äh. Ob dahin. Kann ich irgendwas anderes? Brauche ich Gummi dafür? Weiß ich gerade nicht. Ähm. Was ich aber nicht brauche, sind die und die Schrauben. Das heißt, ich kann das alles nicht. Glaube ich zumindest, oder? Moment. Falscher Knopf. Dieser hier. Ja. Da müssen wir dann überlegen. Warte mal. Ich muss noch sieben Stück davon bauen. Sieben Stück. Ähm. Moduliste bearbeiten. Äh. Da. 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 Ich habe nicht genug von den Motoren dabei. Ich habe nicht genug von den Rahmen dabei. Das kann ich nicht genau sagen. Okay. Wir werden das ausprobieren. In der nächsten Folge. Das heißt. Jetzt. Wir haben jetzt. Da hinten einiges schon mal aufgebaut. Na. Den da zum Beispiel. Und da unten. Haben schon mal das Thema Bauxit abgeschlossen. Catherium. Kupfer. Und äh. Falkstein. Dann holen wir uns den Schwefel. Beim nächsten Mal. Da vorne leuchtet es noch so schön. Ähm. Können dann noch das. Eisenerz holen. Weil das ist ein bisschen komplizierter. Da habe ich mir. Ähm. Damit ich mit sechs Minern auskomme. Da habe ich mir bestimmte Teile rausgesucht. Äh. Nämlich alles nur reine Vorkommen. Dann kommen wir hin. Ähm. Deswegen brauchen wir auch. Ähm. Ähm. Energy Charts für. Charts für. Dann sind wir bei 4.050 pro Minute. Die wir da brauchen. Ja. Ich sag mal. Das war für heute. Wenn es euch gefallen hat. Dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit. Macht es gut. Gäffchen. Tschüss. Ich weiß was. Nichts. Mitnöonen. Hastȝ millimeters.